Hallo und herzlich Willkommen zurück zu TTT mit den folgenden Chaoten JoJo's dabei Jey! Und Echse! Hallo! Und Reaper! Uh! Nee! Yippie 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 Und Freak! Haha! War das jetzt die Sterbeanimation von Freak oder war das die Begrüßung von Freak? Wow! Ich glaube er ist schon froh! Hallo Reaper! Ich würde behaupten sowohl als auch! Ja findest du mich? Ach da! Hahaha! Da hinter dir ist auch jemand, Freak ist hinter dir! Jao! Jao! Er lebt noch! Töte ihn! Ich geh mal weg! Wenn Freak noch lebt immer umbringen! Das wäre gerade unfair, der ist noch unbewaffnet! Ich wollte gar nicht... Wann hast du Skrupel vor Bewaffneten? Eigentlich wollte ich Echse runterschubsen, also deswegen war ich anarmt! Echse! Plasma! Wow! Ohhhh! Wischi! Du darfst mal einfach von da oben runter fliegen sehen! Echse! Disco! Ich mob dich jetzt die ganze Folge! Ey! Wer hat gesnipert? Äh! Reaper hat ne Melonen in den Turm gelegt! Ok Reaper! Na wo hast du gesnipert? Jojo! Ich hab gesnipert, aber hast du jemanden aus Schreien gehört? Ist jemand gestorben? Reaper lebst du noch? Reaper ist im Turm! Er ist ein Trailer! Ich hab auch niemanden geschossen! Na wo kann lebst du noch? Na wo kann lebst du noch? Jaa! Und er hat Bananen ausgeworfen! Ok! Bananen! Sind wir Affen oder was? Im Krieg lebst du noch! Ok! Einen haben wir! Einen Affen haben wir! Na wo kann los! Sonneinsatzkommando! Nein! Vorsicht! König Krieg! Was ist euer Problem? Der ist ganz oben mit dem Turm drin oder? Jaa! Freak ist der König der Ersten! Wer ist der andere Traitor? Lebst du noch Navoka? Ne Freak war es nicht, hat ne andere Waffe! Also jemand hat ne Fy, der ist noch da drin! Der ist noch da drin! Wo seid ihr überhaupt? Ich denke Jojo könnte der andere sein, weil Reaper ist es! Definitiv! Ich weiß ja nicht mal wo ihr seid! Reaper ist im Turm drin! Achso! Turm! Sag das doch! Hören wir nur so... Jaa! Reaper! 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 Ja ich denke du bist der andere! Dead Ringer! Hauli im Turm! Freak ist tot wahrscheinlich! Tauber! Ja toll! War klar! Alter was! Nice! In der selben Sekunde habe ich auf Freak abgeaimt! Jojo ich hätte schon töten sollen als du gesnipert hast! Ich habe aber dabei keinen getroffen! Ich schieß die ganze Zeit auf Freak! Er bekommt nicht mal Schaden! Tja siehst du aber du hast ja Suche auf jemanden in Taiwan! Der Suche ist auch strafbar! Übrigens habe ich geraten! Wegen der Melonenmine! Melonenmine! Du hast auch nicht... Woaa! Woaa! Die Disco! Warst du das? Ja meine Disco hat mich ganz voll in die Luft geschleudert! Hätte ich mir beinah gestorben! Oh beinah! Das kann auch Leute töten! Ja boah ey lass mich hier durch! Echse! Was? Das kann Leute töten! Das war in der Preparing! Jetzt bin ich fast! Ja aber das ist trotzdem nicht gut! Na na wer wer wer! Meine Munition! Was denn? Ich hab sowas von shoppen! Ich hab die geshoppen wirklich nicht! Ne ne! Ja die Sorgen aufhören! Ne ich hab keine Traitor Aktivitäten gemacht! Ich hab gerade nochmal mein Timer gemacht am Handy wirklich! Loll! Wo kam den Snake gerade her? Oh! Also wenn mich irgendjemand töte dann ist es derjenige! Ey! Exos Traitor hat meine Waffe geklaut! Ey ich hab... Er sagt ihn nur genommen! Er sagt ihn nur genommen! Du brauchst dich irgendwo aufs Einflussknallen! Ah! Lass mich durch! Nicht blocken! Na wo bist du verletzt von dir? Ja ich bin irgendein Wasser hochgeschwommen! Irgendein Wasser hochgeschwommen! Ich krieg jetzt mit Snakes gleich! Wo war das ist der jetzt gestorben? Ich hab ihn abgeknallt! Warum? Aber er hier... Vor allem... Da taucht die hier auf! Ja du kannst... Das kannst du unten aus dieser Höhle machen! Freak! Du sollst nicht shoppen! Ich shoppe nicht! Guck mal hier rein! Du hast gar nicht reingeguckt! Du hast geshoppt! Nein! Hallo jetzt geh rein und töte denjenigen der da rumballert! Hier ist nur Reaper! Wo rein? Ja! Es bin nur ich hier drin! Da war eben noch einer drin! Ihr seid beide! Alter Reaper da bist du Tee! Hau ab Alter! Da hätte ich doch schon nichts auf dich geschossen! Uh! Wer ist denn hier? Hier ist Freak! Herr Freak und Reaper sind das glaube ich echt! Nein! Doch! Hallo! Wo? Nein! Ich bin wirklich kein Tee! Wie geht hier? Freak war gerade... 1a shoppen! Wow! Das ist explodiert! Navoka ist voll weggeflogen! Alter Schwede! What the fuck! Ich weiß auch nicht warum! Das war ja nicht! Der hat zu viel geredet! Der war Paketenwerfer direkt an den Kopf! Alter! Der hat zu viel geredet! Der hat zu viel geredet! Nee, nee, nee! Ach man! Hier will man da snipern! Aber die Silent Sniper bringt dir die ganze Zeit nie was! Ich weiß nicht! Und Reaper hör bitte auf mich beim Shoppen zu erwischen! Ich konnte Jojo umbringen ohne dass es mir irgendwie aufgefallen ist! Reaper und so war eine Etage da rüber! Navoka hat als einzigste die Schüsse aber die gehen alle nicht runter! Um zu gucken ob da jemand gestorben ist! Eier, hast du meine Shop auf! Nein! Hier ist man nicht! Sniper will mich töten! Sniper will mich töten! Sniper will mich töten! Ich hab dich für mich Sniper töten! Ja! Tradition und so! Tradition und so! Echse! Wow! Da hinten, da hinten irgendwo! Ich hab Sniper getötet! Ja wie sagt Sniper? Er war Tee! Alles gut! Okay! Er war Traitor! Warum auch immer du ihn jetzt umgebracht hast! Aber schmeiß die Leiche runter! Schmeiß die Leiche runter! Weil ich jeden Moment mit nem Schutz gerechnet habe von ihm! Weil er die Tradition aufrecht erhalten wollte! Warte, wenn ich jetzt runterfliege ist es hier irgendjemand der neben mir steht! Die Leiche will nicht fallen! So, er fällt! Navoka! Ja! 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 Ich hab nur seinen Leiche runter gespült, damit ihn keiner mehr wiederbeleben kann! Mhm! Oh! Oh, das hat explodiert! Wow! Jojo! Wo ist er? Headwinger! Wo? Sag doch mal wo Reaper! Oben auf dem Dach! Von was? Ja, es gibt hier mehrere Gebäude mit Dächern! Man kommt ja auch auf so viele drauf! Ja, toll! Wow! Äh, Reaper lebst du noch? Ja! Ja! Äh, Jojo! Und Freaks! Ne, Freak lebt noch! Freak ist es! Oh! Wo ist denn der jetzt? Nein! Oh! Oh! Wie ist Freak denn gestorben? Warum kommen die alle zu mir hin? Hä, Freak? Wurdest du da von deinem Kollegen umgemacht? Ich war kein Traitor! Hä, wir waren dann Traitor! Ich hab Freak umgebracht! Ach, Snay war ja auch ein Traitor! Der Typ, den du runtergeschmissen hast! Ach, Snay... Snay war ja Traitor! Aber der wurde unter Tapp nicht als Traitor angezeigt! Das war von mies! Ja, und von ihm hab ich mir die ganzen Punkte rausgezogen! Ich hatte grad wieder so'n kleines Waffenarsenal! Deswegen hat Reaper auch gedacht, ich wär! Weil Snay nicht unter Tapp als Traitor angezeigt wurde! Ja, ja! Er wurde zwar... Ja, das Confirmen hab ich vergessen gehabt! Das hab ich auch vergessen gehabt! Weil wir hatten ihn Confirmen! Fiel mir gerade eben wieder ein! Ja, in der Sekunde, wo ich eh draufgeklickt hab, wurde er schon wieder weggezogen! Also... Ich konnte noch so'ner letzten Sekunde mir die Punkte rausziehen! Und alles nur, weil Freak Angst hatte! Schüsse! Das blöde ist ja immer alle verpackten! Nein! Jo-Jo war grad in seinem Kühlschrank einkaufen! Ey, was soll das? Der Kühlschrank ist weg! In deinem PC! Jo-Jo! Echse! Du hast doch auf mich geschossen! Du hast mich geschlagen! Ich hab dir aber kein Damage gemacht, Mann! Könnt ihr euch Confirmen? Oh! Ich hab dir doch kein Damage gemacht! Ich hab dir doch kein Damage gemacht! Hätte ich sonst auf dich geschossen! Oh mein Gott! Ey! Ich hab dir nicht mehr Damage gemacht! Hätte ich sonst auf dich geschossen! Okay, ist tot! Bei mir warst du healthy! Aua! Aua! Oh, ehrlich! Ich geb zu! Ich hab auf dich geschossen! Aber du hattest kein Damage gemacht! Danach noch healthy! Wir haben sich alle gegenseitig gemacht! Das konnte ich überhaupt nicht machen! Also ich hab einmal auf dich geschossen! Danach warst du healthy! Ich hab extra nochmal nachgeguckt! Hä? Wodran, wenn ich jetzt explodiere? Ich bin auch gestorben! Wenn ich denn 20 Damage mache, dann schlägst du mich halt einmal zurück, anstatt mich direkt umzubringen! Hä? Und jetzt geht es wieder was passiert? Denkst du als Traitor würde ich dich einmal hauen und mich direkt umbringen? Ja, wenn Leute um dich herumstehen, erstmal die Ziele schwächen! Ja, wow! Dann kannst du mich ja auch nochmal zurückschlagen! Umbringen ist fünfmal so viel wie das normale! Spaß am Spiel und so! Ja! Ich hab nichts zugehauen! Ich hoffe, ihr zockt auch alle nackt! Da hat jetzt irgendjemand... Äh, in Unterhose! Na klar doch! Too much information! Ich dachte, es geht ihm nur in Unterhose! Ich dachte, es geht ihm nur in Unterhose! Ja, wenn du dich beim Spielen immer anfassen musst, Freak! Ach, deswegen machst du keine Facecam mehr! Hahaha! Er kann sich nicht mehr anfassen! Ah! Jetzt hast du ihn ertappt! Ich glaube, jetzt wirst du sterben! Nee, ich... Oh Gott, der Wunder beschützt mich! Ah! Ah! Fuck! Warte, er ist tot! Äh, wieso habt ihr ihn umgebracht? Er war ja Thema! Ach, Echse, Mann! Beherrsch dich doch mal! Reiß dich mal zusammen! Freak! Freak ist ein Kollege von ihm! Reiß dich mal zusammen, Junge! Nein, Julian hat die Punkte rausgezogen! Jojo ist er! Ich hab... Okay! Ich hab keinen Bock mehr! Nein, spring mich jetzt um! Okay, mach es! Mach es! Ich muss bloß den perfekten Punkt zum töten! Trau dich! Trau dich! Trau dich! Los! Fühltest du dich grad zu sehr ertappt oder was? Nein! Du hast die Punkte rausgezogen! Ich wär aber Freak! Freak! Lass zusammen springen! Ja, spring beide! Wir haben auch die Runde gewonnen! Komm! Komm, Freak! Trau dich! Komm! Lass zusammenspringen! Wo muss ich denn hinkommen? Ich spring mit! Äh, warte, wo bin ich hier überhaupt? Wahrscheinlich hat er jetzt einen Flopper! Ja, irgendwas passiert jetzt, genau! Ich weiß nicht mal wo ich bin! Klettert da aufm Berg und trefft euch! Genau! Haus! Freak! Ich hinter dir! So, wo springen wir runter? Mh... Mit ner Woca würd ich sagen! Was? Einfach Gemeinschaftsspringen! Äh, nö! Äh, nö! Ja komm, springt ihr beide! Los! Jeha! Kein Schaden! Kein Schaden! Kein Schaden! What the fuck! Moment mal, kein Schaden! Freak ist es! So, hab ich ruhig! Ey, hört auf, Alter! Ne, dann hätte ich es explodiert! Wer hat mich jetzt gesnipert? Wer hat mich jetzt gesnipert? Wer hat mich jetzt gesnipert? Er hat trotzdem keinen Schaden bekommen! Ich! Tut mir leid! Jojo! Du bist du Tee! Ja, er wollte auf mich schießen gerade! Ich lass mich doch jetzt nicht von ihm umschießen! Weil du Traitor bist! Nö, nicht dumm! Ich lass mich doch jetzt nicht von ihm umbeladen! Jojo töten? Ja oder nein? Mach mal! Okay, ja! Ey, was ist denn da? Ja, wir haben abgestimmt! Ja, wir haben abgestimmt! Ja, was ist das für eine Abstimmung! Ja, Navoca wollte mich doch von Anfang an killen! Aber wieso hat Freak jetzt gar kein Damage bekommen, der Freak? Ja! Er ist zuerst auf die Lampe gesprungen und dann von da abgerutscht runter! Er ist aber ja da mit Damage schießen, Jojo! Das war klar! Die hätten dich eigentlich direkt erschließen müssen! Ja! Hätte ich auch gemacht! Aber eigentlich sah's mein Freak schon verdächtig aus, dass er runterspringen keinen Schaden geht! Das fand ich am letzten auf der Map auch! Ich kann das halt einfach! Bin... Dumpste... 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 Oder Reepa ist im Dead Ringer, hier ist Navoka Reepa macht Ärger Reepa lebt's zu sehen Ja ich hab nur geschossen weil Wir haben vermutet, dass wir jetzt das tun Aber du hast einen verpackten Skin wie hier alle, bis auf Snail glaub ich Ich bin nicht verpackt Du bist nicht verpackt Smoke Geh rauchen Da sind wir schon wieder beim Nackt Thema und so ne? Ja, bitte Alter, Disco tot Ich hab ne Smoke geworfen Die Tradition lebt wieder Warte mal Ja ich such grad auch schon Er kann auch Trader gewesen sein Hoffen wir es mal Ah hier Er war Trader Das ist Kacke Runterschmeißen Äh spring bitte nicht selbst runter Mach ich doch nicht Wieso nicht? Ich hab jetzt die Leiche runtergeschmissen Du hast die Punkte noch vorher rausgezogen Wow Bist du runtergefallen? Reepa Ich hab ihn geschubst und er ist ihm voll übers Land geslidet und runtergeflogen 20 Meter weit oder so Wer ist dafür dass wir Exe entschärfen? Sofort umbring Ich bin da nicht so sicher Also guck mal er stand hier Navoka komm mal Navoka Er stand hier bin ich hier neben dem Turm Hier Hier neben dir Er stand hier Und er ist hier rüber geflogen Und hier hinten runter Konnte ich ahnen dass er so weit fliegt Trotzdem umbringen Ich bin auch umgebracht da ich müde Das sieht man einmal aus zu sehen Rechtsfreak gedrückt Er fliegt einfach so weit und slidet übers Land in Ich hab Freak umgebracht da wurde ich auch getötet Du hast Freak umgebracht Wer Exe redet schon wieder zu viel Ich rede als Traitor eher wenig Als Traitor rede ich eher wenig Aber Snail du redest auch viel Jojo Ich rede als Traitor weniger als als Eno Ok lass uns abstimmen Ok wir stimmen Jojo töten Ja Ok Ich schieße zuerst Beide enthalten sich Ok weiter Exe Snail töten Bei Jojo stimme ich halb zu Da bin ich mir nicht sicher Und was ist mit Snail? Ich stimme einfach bei keinem zu Snail ja Überall Enthaltung Na wo? Was ist mit Snail? Überall Enthaltung Was ist mit Exe? Jetzt mit Exe Ja Was ist mit Snail? Na wo? Nein warum sollte Snail? Jetzt gleich bring ich Snail um Ja das ist doch die Lösung Ihr beide bringt euch um Gegenseitig Ja wieso bist du Snail? Ihr wolltet euch doch abstimmen lassen gegenseitig und ich bin nicht verdächtig Ich hab nie was von abstimmen sagst Nee ist damit angekommen Exe ich bin nicht verdächtig Ich hab noch kein Umgebung Ja komm jetzt am Exe Nein ich hab alle drei jetzt ja Ein Jahr Was jetzt mit Exe? Ja was guckst du mich denn an wenn du Exe töten willst? Warte 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 Wenn du Exe töten willst Na komm mal her Ja komm mal her Ich war der erste der ist ja hochgegangen Na Alter Snail wird der auf mich Snail schießt jetzt auf mich Abstimmung Faire Abstimmung Wir lassen die mal machen oder Jojo? Fuck ey komm das gibt mir wenigste Chance Wow Jo Oh nein Pfff Was ist jetzt passiert? Snails sind totgesprungen ernsthaft Der ist totgesprungen wie gesagt Alter man Snail Das war so klar Das war so klar Oh Das war jetzt so AAH Ach man Kommt erstmal hinter ihm Ne Zaubergeflogen Aber wie immer wieder runtergeflogen Was jetzt? Nur die Disco ganz am Anfang war von mir Geil Aber das witzig Ich hab dich mit rechts hin geschubst und du fliegst einfach mal über die halbe Map Du slidest übern Boden im Tod Jaja Aber beim Bei dem Bei dem Abflug Über die Klippe quasi Hätte ich mich noch zweimal fangen können Aber ich bin einfach weitergelaufen Achso Deswegen Hab mich schon wundert wie du da sterben konntest Sah etwas merkwürdig aus Ich bin hier vorne Hallo Nebengeräusche Alter Ich konnte mich hier Konnte ich mich noch abfangen Knackige Würstchen Ja dann bist du weitergelaufen Und dann da unten hätt ich mich noch mal zweimal abfangen können Oh Mann Ich hab da einfach die Schwung arbeiten lassen Hahaha Komm wir haben wieder alle verpackt gehen Der Trader hat die Frage mit der Lava aktiviert Ja Irgendwas im Teeraum Welch? Wo ist denn der Lava? Darf ich ganz kurz bei jemandem was ausprobieren Weil das hat vorhin bei Freak nicht funktioniert Ah da ist Lava okay Snay Kannst du ganz kurz mal hoch oben zur Laterne gehen? Nein Ich hab vorhin versucht Ich hab vorhin versucht Freak abzuschießen Und der hat gar keinen Schaden bekommen Leute wer ist denn grad nicht hier? Wegen Traitor-Raum und so Ähm Axel ist nicht im Traitor-Raum Ich bin hier Ich hab Reaper zum Beispiel nicht gesehen Mit der Autosniper Ich seh Freak und Snay Ich ziel mit der Autosniper Freak ist hier Da ist er Ey da hat jemand geschossen Nur zu zeigen wo der Reaper ist Freak Was denn? Ich hab ne Double Barrel Die hörste Hahaha Wenn einer wenn ich schieße Was macht Reaper denn da? Ja Freak Warum sagst du jemand ist im Traitor-Raum? Weil die Weil die Lava angeht Nö Herr Axel Was? Die Lava geht an Warum vermutest du dass jemand im Traitor-Raum ist? Ja weil der jedoch von da drinnen angemacht wird oder nicht? Ja Axel 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 Ich bin nicht Ich bin nicht Mit einer nicht von irgendeinem Waffe Achso Oh Mann Papi Sorry Double Barrel Reaper ist immer noch vergiftet Ja das erinnert sich auch Na wo? Na wo ist die andere? Sie hat Reaper umgeknallt Ich hab nur sein Leiden löst Also ist ne Exel sie Lebt Exel denn noch? Ich hab nur sein Leiden verkürzt Und Na wo? Ja das haben wir wieder vergessen In 60 Jahren Ich alter kranker Mann Du liegst Du stehst neben mir am Sterbebett Heu heu Ich erlöse ihn mal Kick Ja ist klar Aber nur mit ner Shotgun Nicht mit Knopf drücken Ist doch sonst dankweilig Das ist so kacke mit dem verbackten Skin hier Das nervt mich wenn man Traitor ist Na wo war zum Glück bei mir nicht verbackt Deswegen konnte ich Headshot geben Das blödeste ich hab Reaper wirklich Dreimal in den Hals geschossen mit der Autosniper Ja dann musst du nach unten Ich schieß nur noch auf Fuß Weil die meisten sich hinhocken War total kacke Deswegen hasse ich hier auch den verbacken Skin Man kommt da mit Poison Dart an Unglaublich Unglaublich Ey Dagegen kann man ja gar nicht Exel überschieß Exel hat auf mich geschossen Ist ja auch ich wollte dich nicht treffen Kannst du mir nen Schlag geben Schlag mich Oh ja schlag mich Oh scheiße Falsche Sorry sorry Falsche 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 Aua Ich hab davon was abbekommen War da wenigstens Tee Oh na Aber kein Tee Ne das macht dich ein wenig verdächtig Aber nur ganz bisschen Ich hab falsch ausgewählt Ich wollte unarm mitnehmen Und hab ich aus dem Plasma Aua Ich hab jetzt grade so dermaßen jemanden beim Einkaufen gesehen So 100% ist der das Wen denn? Jojo Du weißt schon dass ich immer noch am skypen bin Und ich grad was geschrieben hab Ja wie? Raten wir warum ich vorhin nicht da war Aber wir sind ja ne Aufnahme Jojo Das hab ich Reeper schon vor der Aufnahme gesagt Dass das sein könnte Ja ja aber trotzdem Du warst grade hier in der Nebelwand Das war einfach zu offensichtlich Du warst in der Smog Eingebettet und warst am Einkaufen Ich hab mich in die Ecke gestellt Ich hab nicht mal mitbekommen was um mich herum passiert Ja und du warst auch noch geduckt Ich hab mich geduckt? Ja du hast dich geduckt Also du liest so Bei mir stand ich Bei mir hab ich gestanden Ähm Jetzt bist du auf einmal hier Warum hast du jetzt deine Position gewechselt? Das machst du das nur weil dir jetzt der Lust wird Ich lauf im Kreis Eben schon seit auf dem Dach Hallo Reeper Hallo Reeper Aua Da geh ich gleich wieder baden Das war cool Du drehst mir ja doch den Rücken zu Äh Alter wer schießt dir auf mich? Hast du ihn grad runter geworfen? Reeper Reeper Hä? Was macht ihr da? Ich rafs nicht Ich rafs nicht Hahaha Was hast du denn gemacht? Ich hab Reeper umgebracht Also er Ich glaub er dreht dir wirklich nie wieder den Rücken zu Hahaha Ich glaub auch Ah Hallo Wer war denn der zweite? Nee der ist in Traitoraum drauf Der sah aus wie in Traitoraum und ist dann gestorben Hahaha Ich wollt auch grad sagen Was hab ich gesagt? 100% Ja Slay ist irgendwo reingegangen Ja Slay ist irgendwo reingegangen Ich hab auch wirklich grad noch geschrieben Das muss hab ich Traitoraum und ist dann alle gestorben Also Ab jetzt soll diese Skype Ausrede nicht mehr Ich hab wirklich geschrieben Ja jetzt hast du aber ausgeschissen Du warst jetzt Traitor Pech gehabt Ja Ich hab wirklich geschrieben Das ist schon Ja die Ausrede zielt jetzt aber nicht mehr Aber extra diese Situation musste ich gut aus Also Es war ja nicht mein Ausrede Also Ahja Ist doch egal du warst Traitor Das war ja wirklich so Was richtig blöd ist sind wirklich die verbackten Skins die regen mich auf Ja Ich seh alle Alle haben bei mir normale Skins Immer Hä echt? Du hast doch nen NASA PC Ja nicht immer Zwischendurch hat mal einer keinen Aber juckt mich rechtlich wenig Ah Navoka nein Navo hatte gerade auch keinen aber ich hab einfach reingesprayt Navoka Schubst du Nein ich warte dass Snail da rauskommt Hey jetzt schubst mich doch nicht Schubst mich Nein Ok erstmal Navo schubsen Snail schubsen Snail schubsen so Nein 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 Upsen Wow Alle müssen Navo schubsen Hey ich werd angeschossen Wo ist Snail jetzt hin? Wo ist Snail jetzt hin? So lange war ich im Quick Was schießt du denn auf mich? Wer ist jetzt? So fahrt sie dann zurück Der ist tot Ok K-Stay keine Exumente Er ist wohl tot Kripa so wie er gelacht hat auch Navoka Ja Wow Wie die Melonminder noch so aus Navo ausrollen Freak Der war denn nicht T Freak ich bin Ich war T aber ich bin nur an diesen Bäumen da rumgelaufen mehr nicht Ich hab gedacht kam so aus dem Pferdraum Sie sind durch die Disco von Reba gestorben Ich bin aus keinem einzigen Raum rausgekommen Ich bin aus keinem einzigen Raum rausgekommen Und ich bin auch dadurch gestorben Ich wurde in die Hölle gesogen Ja verdient auch Also Reba der Karma sieht ja mal echt mies aus Jupp Du hast mich denn dich auch mitgekillt Um Freak Und dann wirst du noch da reingehauen War nicht random Ich hatte doch nen Verdacht Ich hatte doch nen Verdacht Ohne ihn zu äußern und direkt drauf zu schießen Ja aber das hat doch anscheinend recht Ich bin aber aus keinerlei Raum gekommen Ich bin nur an den Bäumen lang gelaufen Und dann hab ich mich gehört aber du warst trotzdem Traitor Ich bring dich jetzt auch um fürs am Baum langlaufen Du bist grad an nem Baum vorbeigelaufen Freak Du bist grad an nem Baum vorbeigelaufen Freak Jetzt sind die echt so mies Ich hab Angst Oha Komm Freak Komm Freak Mutprobe Oh der Brenz Oh Leute der ist gestorben durchs Feuer Oh wie cool Er ist verbrannt da Yojoas Insipartiii Warte ich fass auf Freak tut mir leid aber du bist bereit zum Abschluss Du hast grad jemanden hier Oh ihr brennt schon wieder Alter wir werden seit dem Feuerdinger Er ist doch verbrannt Nachladen Hey So jetzt hat Rollen Good Buck Gut Naho ist Ach der hat Juju Der sah so aus und sah er verbrannt Ja ich hab's gehört Der hat mit nem Messer erschlossen Ja warst du näher dran Ich stand etwas zu weit weg Und Naho hat mit drauf geschlossen Beziehungsweise in die Richtung Ich bin mir aber nicht sicher ob sie wirklich Inno ist Nein ich hab ganz knapp drüber geschossen Damit ich dir jetzt in den Rücken schießen kann Nao das hör dich nicht sagen Wenn du hinter mir stehst Wer pirscht denn hier rum Wer pirscht denn hier rum Wer pirscht denn hier rum Uah Ah nein Ach man Hatte ich bei dir nen verbackten Skin Letzte Runde Ich schmeißt die Slice Wer pirscht denn hier rum Ich schmeißt die Slice Wer pirscht denn hier rum Von anderen Truppen Und ich bin jetzt nicht so der Fan von der Map Ich auch nicht Ne es gibt bessere Viel bessere Ach gehst du jetzt schon fremd? Fremd? Reaper? Irgendwo muss ich doch zwischendurch mal spielen Wenn ihr nicht da seid Ah verstehe Aha So läuft die Sache also Ja Reaper geht fremd Da hat jemand nen Tenzer kaputt gemacht Das muss bezahlt werden Das sieht grad sehr verdächtig aus Was sagst du dazu? Nein ich häng irgendwo Hau ab Snae Warum hängst du jetzt so komisch an der Decke? Hau ab Versuchst du zu shoppen Hau ab Snae In Ruhe Snaes dockt mich Und wer ist das da oben? Wer ist das da oben? Ach der Reaper Sind da noch mehr Leute oder was? Komm ich werf mal einfach ne Plasma hoch Alter Snae wirf dir gar keine Plasma hoch Alter Alter auf den Park Jojo Jojo Snae hat grad ne Plasma auf die 2 geämpft Hast du grad geantwortet Reaper? Ja Ich würd jetzt nicht drunter gehen Ja ich hab's gesehen Alter Geil Äh ich hab ihn umgebracht weil er das auf euch bespitt Alter Was war denn? Das ist so ein Wendel Hä du hast ja Snae getötet Du bist ein Traitor Weil er auf euch ne Plasma geschmissen hat Ja das war lustig aber du hast ihn danach direkt gekillt Ja äh Moment Eigentlich hat Jojo jetzt nicht Da muss ich ihm zustimmen Ja für mich Weiß ich nicht Hat er Snae getötet Und Dann war's vielleicht noch Kann ja auch mal vorkommen bei mir Esser Ja du bist auf Jojo und Snae Au 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 Ich wollte nicht schießen Sorry sorry Das ist deine Masche Alter messerst du mich grade? Nein Du hast Messer-Sounds gemacht Echse Echse Sag mal warum kriegst du kein Damage? Ich geb dir vor einen mit Ist doch voll für'n Arsch Bist du denn du jetzt? Da wo du nicht bist? Merk das schon? Echse 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 Echer Ich geb dir dir nur noch ein ab Die Stimme aus dem Jenseits sagt, das ist meine Oh Identifizier sie doch mal Ne, möchte ich nicht Oh Mann, ey Ach Mann Wo bist denn du? Ich weiß, wo du bist, aber Das ist ne echt blöde Stelle Ja toll, was soll ich da machen aus der Position Ach Manni Oh, äh, ja, Entschuldigung Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Tschüss